Was ist Tropsic? Vor allem in Destillaten. Tropsic ist im Grunde genommen leicht erklärt. Tropsic ist eben immer das Frische, das teilweise in Destillaten kommen kann. Tropsic ist immer sehr, sehr frisch, hat immer mit Säure zu tun. Frisch heißt, dass es flüchtig ist. Das heißt, tropsige Noten kommen immer in der Kopfnote eines Produktes. Tropsic können Eiszuckerl sein, Tropsic können auch Gummiperle sein. Tropsic sind im weitesten Sinne immer säuerliche Zuckertöne, die in einem Destillat sind. Nur Tropsic ist auch wieder, wenn es nicht im Duft ist, sondern im Geschmack, eine Form der Textur. Tropsic also ist immer frisch, kann auch in Richtung parfümiert gehen, ist Bestandteil eines Produktes. Und das Tropsic kann natürlich auch verstärkt werden in Fruchtlikörn, wenn zu viel Zitronensäure eingesetzt wird. Bedeutet aber auch wieder, dass aufgrund der hohen Zitronensäure DHL wieder nicht mehr passt und das Produkt keine perfekte Balance hat und einfach die Harmonie nicht so ist, wie sie gehört. Als armes Glösser werte ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen Kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS TV oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge. Abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.